einen wunderschönen hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge vom tdp trivlos backpack ja genau hallo hallo zusammen detoshi ist auch dabei so ich habe jetzt hier noch ein bisschen die leitung verlängert und ich brauche jetzt aber ein trafo damit ich da irgendwie ein kabel anschließen kann ja wieder tot gesehen ich habe gerade schon wieder tot gesehen was auch ganz klappt davor immersive einen trafo hier sowas hv transformator nicht transformator hv mv doch hv machen wir das ich weiß es noch nicht ich würde sagen mal anders an der ist im gerade am überlegen wie man am besten von immersive jetzt auf endaio kommen kann man hier die wien oder die wie das für immer verbunden wird kannst du nur die hv war ja konnektoren es geht schon ja aber das wäre ein bisschen unschön glaube ich obwohl kommen probieren wir es einfach mal mein so habe ich das ja auch beide baumfarm gemacht und ja ich besonders schön aus aber denkmäßig ist was ja und zwar machen wir dann würde ich sagen ja die zelle hin oder da machen wir da die zelle hin warte mal hast du die zelle nicht einstecken mensch ne junge ja bin ich furchtbar ne doch furchtbar furchtbarer durch näher 1 hoch ja muss schon richtig machen na macht doch selber ja du hast die zelle nicht ich ja ich musste sie noch holen so zack zack wunderbar und du wirst geladen sehr gut aber ich glaube wir bräuchten eine größere zelle das war ja auch gerade gedacht wo hunder der elf botik ich weiß nicht ob das bochner mehr brauche ich glaube schon warte mal papa hat da was das skelett drin ja ist auch noch abform gewesen also wir bräuchten hier noch eine vakuum chester sowas in die richtung ich glaube da kann es eigentlich eine von der schaffarm plauen ich meine ja ja glaube ich auch da wird aber den muss ich noch mal ausmachen level active als active active signal so wie gesagt papa hat hat er 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 hat das denn der papa hat der bauer das sind typ hier wo sind die ganzen ende kabel rechner an jeder konto jetzt haben wir noch und was zum ende natürlich 8011 jahres reichte so wie gesagt papa frau sehr schön passt sich auch schön am boden an war die schon voll oder die war schon voll also okay gut hier sind wir bei und 285 genau ich meine jetzt sollte es ja klappen mit einer perlen ja so 285 jetzt 280 war das oder ich meine 285 85 echt ja fast so jetzt bin ich auch gerade angekommen so was da geht es hoch was muss ich da noch mal rein ja hier wenn man wahrscheinlich noch ein kleines problem bekommen wegen dingens dass wir da gerade mal den conveyor belt irgendwie noch drehen müssen warte mal was ist wenn wir das von hier oben machen und dann mit fassaden war von der andere teile aber gut wir können auch ende nehmen der kasse die müsste ich noch herstellen ich brauche eigentlich nur noch die in gott ok alles andere habe ich also den die binder da hilft die viele brauchen wir zirka machen wir so einen halben stack würde ich sagen so geht auch noch in die richtige richtung ja jeder da müssen wir mal die halbdicken nehmen weil die ganz dicken glaube ich habe ich nicht genug ressourcen für da habe dann noch mal den ender perlen ja können wir ja danach austauschen genau jetzt kommt ja nicht raus da was super gut passt also von oben wollte man das machen ja dann machen wir es gerade hier runter nehmen wir hier das glas raus und dann hier runter ja doch passt wie viele fassaden brauchen wir zirka 8 8 wir brauchen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 stück und alles aus holz oder aus und briggs ja alle 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 wenn ich noch mal dass ich da irgendwie komme aber ich bin zu weit noch was bist du hast du da output oder ja das richtige weil der spawner braucht glaube ich irgendwie 1 600 jahr genau ja ok da drei schon richtig kann ja dann können wir drei waren abwarten und wir haben halben steck wird das wird auch noch mal zu machen Jo 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 Was denn? Ich muss erstmal gerade durch die Augen reiben Was? Ich muss den mal gerade durch die Augen reiben Ah ok So, ich hole schon mal so eine Vakuum-Chest Jo Weiß bloß noch nicht genau, wo ich die hinsetze Hab ich schon mal den Wegler freigebuddelt, wie du das vorstellst, oder? Jaja, hab ich schon So, komm du mal her zu Papa Ja Ja Oh komm Jess, sehr schön Habe ich mir mal eine mit von den Schafen Eine richtige Schaf haben möchte ich auch noch aufbauen Jo Könnte man mal machen Aha So Wo setzt man die jetzt am geschicktesten hin? Ich meine der muss von unten an Ey Ey Was bist denn du? Was denn da? Da war ein Enderman Der total aggro ist auf mich Ok Ich weiß ja nicht mal warum Wo bist denn? Drecksack Hä? Enderman So Jawoll Ich sag mal Ich will dich jetzt verarschen Toll Da hängt er Also Drecksvieh Oh, guck mal hier Das ist ein normaler Ja Schade Ja So Ähm Wollen wir mal den Vakuum-Chest da hinpacken Ja Ja Da kommen wir sogar noch hin Gut, sehr gut Kabel ist mal verbunden Sehr schön Was muss man Fassaden drauf machen Jaja Die habe ich im Inventar Gut Naja war gut Ja 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 Egal Ja Egal Ja Also da haben wir dann Ja Wieder Enderman Ja dann hier einfach noch runter Ja ich habe aber nur noch zwei Jodeln Ja 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 Lass mich raus So Okay Wollen wir hier noch die Fakern rausnehmen? Ja Brauchen wir nicht Also So Der ist Draus Bist du draußen? Ich bin draußen Okay Ich bin hinter dir So Irgendwie höre ich eine Spinne Mhm Ah, da ist sie Ich walte den Spanner am Auge Ah Mhm Und sonst so? Ja funktioniert wunderbar ne? Ja Warte mal ich gehe mal zur Zelle Mal gucken was die sagt Der war aber noch voll Also der hatte noch einen internen Puffer Ähm Ja die kann glaube ich auch nichts ausgeben Geht die komplett aus oder? Ja Ja okay Ah jetzt Darauf hatte ich jetzt nicht geachtet Hm Also gerade könnte man von meinem Bildschirm Ich würde einfach nur ein Foto reingearbeitet haben Hehehe Ah jetzt brennt er So Jetzt bin ich echt mal gespannt Enderman 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 Ja da kommen wir auch noch gut an die Kiste dran Ist gut Ich gehe mal mit mir ein bisschen Kaffee machen ne? Jaja mach mal Gut Ich könnte eigentlich mal von oben rein gehen Mal gucken Da haben wir noch Fackeln drin Äh Wohl Gehen wir mal da lang Ey Nein Ist jetzt nicht so dran Na? Doch Also das Serra sieht schön aus aber Ja Ah Ja da ist so einer Und der ein bisschen aggro ist Ja weil ich schon angeschaut hab Ja funktioniert doch Ja boah Da draußen ist auch noch einer Heh Aber ich glaube der ist äh So gespawnt Nein ich hab schon wieder einen Enderman Kopf aber normalen von Tingas Ja Ja Okay Wow Ja Ja 4 Enderbellen schon mal ne? Soll ich schon jetzt auch mal die Kiste auf verlegen oder? Können wir machen ja Ja 33 hab ich Äh Brauchst du noch Erde? Ich Hab noch ein Stack so dabei Mach mal am besten vorher die Facken so hier raus. Ja. Ah, wo wollte ich die unten jetzt auch schon wegmachen? Bitte was? Die will ich jetzt eigentlich auch unten wegmachen. Weil das Zeug verbrennt ja bei Licht. Ja. Ja gut, dann muss ich auch vorher den Killer-Jo mal ausmachen. Greift der dich auch an, oder? Bitte? Greift der auch Menschen an, oder? Ja, der greift auch Spieler an. Das wusste ich jetzt auch nicht. Oh, never active. Gut. Musstest du das Schmerzhafter fahren, oder? Ja. Aber ich bin nicht gestorben. Oh. Hallo Enderman. Geh mal weg, bitte. Aufpassen, ich finde ich jetzt die Kost auf. Moment, Moment. Lass mich erst mal raus hier. Oh, oh. Ja, sehr schön. Wo ist denn jetzt hin? Der ist raus. Ey. Ich hab noch ein bisschen mehr, oder? So. Gut. Ich hab auch noch 26. Wenn's mehr brauchst. Das sollte jetzt reichen. Okay. Am besten machst du hier in den Ecken auch noch einzelne Blöcke. Dann verteilt sie sich besser. Ähm, ja. War's? Das war's. Okay. Okay. Ja. Ja, nur zwei Köpfe. So. Ja, aber läuft, läuft. Wunderbar. Weißt du, ob du da aufhält? Ja? Da ist es immer noch beleuchtet. Bitte? Da ist es immer noch beleuchtet. Ähm. Es kommt wahrscheinlich durch die Erde hier. Ja. Durch die Glasscheiben, ne? Ja, doof. Aber dann wieder so ein kleines Dach drauf bauen. Irgendwie so... So ein ganz kleines Mini-Häuschen, soll ich jetzt mal? Ja. Weißt du, wie ich da meine? Ja. Ja, gut. Das machen wir aber erstmal so dicht, würde ich sagen. Jo. Gucken, ob es dann immer noch beleuchtet ist. Nein. Sehr schön. Hä, gleich ein Enderman gespawnt, super. Ah. Jo. Das fängt halt aber an. Hm. Rechen, dann sollen wir uns glät. Was finde ich? Sollen wir uns glät direkt hinterher? Ah, okay. Müssen wir jetzt halt nur noch irgendwie rauspumpen, dann hier. Ja, ich müsste aber nicht wie? Alter, gleich mal vier Enderman. Hahaha. Ähm, ja, das... Da müssen wir jetzt noch ein paar neue Schwerte an, dann schon rein. Haha. Schau dir mal. Bisher noch kein Kopf, gell? Aha. Schau dir aber mal das Schwert an. Das hat schon gut in mich gefressen. Ja, klar. Kannst du das eigentlich auch nicht verzaubern? Verzaubern kannst du das. Ja, also, dann machst du noch Looting und, ähm, Halbarkeit drauf. Ja gut, jetzt weiß ich aber nicht wie das ist. Geht die Schwerte da drin kaputt dann, oder? Bitte? Die Schwerte gehen da drin kaputt, ne? Ja, ja, ist mir schon klar. Aber wenn du eine Halbarkeit drauf machst und so... So gehen. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der so viele Level hätte, ne? Ich hab 42 im Moment. Ja, im Moment. Ich hab manchmal 52. Hm. Aber wir haben doch später Enchanting hier drauf, oder? Haben wir. Weißt du nicht? Nö. Nö. Äh. Warte mal. Ja. Enchant... Enchander von N.A.O. Ja. Boah, okay. Dann eben nicht. Ja, keine Sorge, du hast schon gerade die Lösung gesagt. Bitte? Du hast gerade eben schon mal die Lösung genannt. Wir machen einfach einen Enchanter. Ja. Ja, keine Sorge, du hast schon gerade die Lösung gesagt. Ja. Äh. Hier zwei Dears. Ja. Ein... Bruchbeustig. Was haut denn denn immer? Hä? Was sagst du? Der haut nicht mehr. Notwend? Hat der noch, oder...? Oder ist der auch noch Traibstoff? Ne, der hat äh... 1395 Millipackets noch drin. Aber irgendwie will er nicht. Wir brauchen Haltbarkeit und Looting. Looting sind Köpfe und Haltbarkeit, wow, wow. Haltbarkeit verteuert, ob sie die an. Oh. Ah ja, okay. Brauchst du noch ein Bücher oder was? Äh, da brauche ich Book and Quill, also hier Buch mit Feder. Ja. Könntest du das vielleicht dann mal machen? Ja, sofort. Ich glaube ein paar Tintensäcke und sowas sollten wir haben. Ja genau, Creeper, wo kommst denn du jetzt her? Hä, wo bist denn du jetzt gespawnt? Hier nicht. Sag mal, kann es sein, dass... Kann es sein, dass der die Mobs nicht angreift, die von der Cursed Earth kommen? Könnte ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Hm. Brauchst aber noch einen Book and Quill, ne? Ja. Okay, Augenblick. Machen wir gleich. Okay, machen wir hier rein. So. Ah, siehst du, da ist auch noch nicht richtig ausgeleuchtet. Ah, die Vollgas sind richtig. Aber das Buch machen wir noch. Das Buch machen wir jetzt noch. Ähm, Leder, 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 da. Ein Leder. Machen wir das da. Eins, zwei, drei Seiten und noch eine Feder. So. Drei Seiten, Leder, Leder rein, Feder und das da. So, Book and Quill. Ich habe euch keine Ahnung. Das ist schon komisch, dass der die nicht angreift. Da würde ich nochmal abbrechen und dann habe ich ihn setzen, habe ich saug keinen Bock. Noch nicht. Jawohl, stimmt. Ich kann da ja nicht raus. Ne. Okay. Also, Barbum-Chest. Ja. Ja, da greift sie nicht an. Echt silsam. Ja. Hat er zu wenig Energie wie, ne? Kann vielleicht sein, dass er so einen Popa hat, aber... Ja gut, es kann vielleicht sein, dass er eine gewisse Anzahl von Nutrient braucht. Einzig, was ich mir vorstellen könnte, da hat dieser Kopf jetzt ja jetzt nicht gefüllt. Ja. Ja, dass er, wie gesagt, eine gewisse Anzahl von Nutrient braucht. So, wo haben wir die Wett? Äh, müsste noch eine Truhe sein. Okay. Ist da noch was drin? Müsste. Wollte, könnte, dürfte. Ah, die Wett, Wett, Wett. Da. Das Reservoir nehme ich auch gleich mal mit. Ja. So. Da mal hin. Ja, da hat noch was drin. Ja. Ah, ja. Okay, gut. Braucht er dann. Der muss dann wirklich voll sein. Jo. Entschuldigung. Ja, jetzt werden auch die angegriffen. Ja, sehr gut. Ja. Ja, das wird sie jetzt hier nicht so stehen lassen, ne? Ja, was? Das wird sie jetzt hier nicht so stehen lassen, ne? Ja, ne. Ja, das wird sie jetzt hier nicht so stehen lassen, ne? Ja, also ich würde ihn dann gerne von unten befeuern, dann. Ja, ja. irgendwie dann noch der Leitung runterlegen von hier. Dass man dann irgendwie so eine Sortierung hat dann. Ja, klar. Kann man machen. Bin gut. Wie sieht das jetzt oben aus? Ähm, ja. Das hat sich schnell ausgebreitet. Ja, sehr schön. Äh, da müssen aber noch ein paar Fackeln hin. Ja, wer ist kack? Ja, wer will hier in die Luft gehen? Wohl, warte mal. Da könnte man eigentlich, äh... Nee, das nicht, aber das da. So, ha? Oh, die spawnen auch. Wer denn? Äh, der Kamerad hier. Oh, guck mal hier, Blizz. Äh. Nee, das hat jetzt so genannte Blitz. Blitz? Ja. Hat ein Blitz. Ja, aber egal. Ja, halt sich an. Halt dich mal an den Schildern nahm. Ah, ist auch gut. Ich meine, ich finde es ja auch nicht klar. Ja, ist gut, Dash. Hm. Street, dicker. Aha. Street, du. Ja, genau. Dagger. Ja, sehr geil. Ja. Funktioniert einmal frei. So, äh, Buckenquill brauchst du noch, gell? Äh, ja. Hier. Nein! In die Chest rein. Gut, aber die Folge hat schon lange hinter sich, ne? Würde ich sagen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Habt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.